Die Frage, ob heute wohl RWE an die Reihe kommt, erübrigt sich beim Blick auf das DAX-Tableau, denn da sehen wir die Schlagzeile des Tages fett auf dem letzten Platz. Bayer minus 12,1%, damit ist eigentlich alles gesagt. Gut, dass wir da noch den Chart und dessen Analyse haben und da sehen wir zuallererst das neue Gap, mit dem die Aktie stumpf aus dem 2019er Aufwärtstrendkanal gekegelt wurde. Erster Halt dabei jetzt ganz klar wieder die Runde 60er-Marke und darunter würde sofort das 2018er-Tief bei 58,34 in den Fokus rücken. Darunter droht dann streng genommen eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends mit Zielen bei 55 und 50 Euro. Kommen wir zur Oberseite und da zur 65er-Marke, die als erstes Kursziel zu benennen ist. Oder besser Etappenziel, denn um die Aufwärtstrendgerade zurückzuerobern, wäre ein Sprung über 68 Euro zwingend erforderlich. Damit wäre dann auch das Gap wieder geschlossen, was grundsätzlich positiv gewertet werden könnte. Hauptsache konjunktiv. So richtig bullisch würde es ohnehin erst nach einem Ausbruch über die obere Trendgerade, beziehungsweise das 2019er-Top bei 73 Euro. Dann könnte auch allmählich über einen Ausflug an den GD 200 knapp unterhalb von 76 Euro nachgedacht werden. In diesem Zusammenhang ist der Blick auf den Seasonal-Chart gar nicht mal so uninteressant, denn aus saisonaler Sicht markiert Bayer Justament jetzt üblicherweise das Jahrestief und geht anschließend bis Ende Juli in eine Aufwärtsbewegung über. Allerdings ist da der Monsanto-Effekt natürlich nicht berücksichtigt. Und damit sind wir heute auch schon am Ende. Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über den Daumen hoch. Vielen Dank dafür und Servus. Bis morgen.